So, dann haben wir das auch hinter uns. So, den haben wir. Attributpunkte, 65, Social Media, na geht doch. Danke. Finde ich klasse. Oh, guck mal, Orte. Gehen wir mal da hin. Wir gucken, was der so hat. Curry. Ja. Ja. Hey. Was? Was? Gegen Damien Priest. Okay. Machen wir. Knallen wir doch. Ist doch kein Problem. Dicke. Gegen Damien Priest. Oh, Arnz. Da verlieren wir doch hoch, Haus, Haus, hoch. Hoch, Haus, Haus, hoch. Whatever. Ist okay. Wir machen das. Okay, Licht aus. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Da ist er ja schon. Oh, da machen wir ihn noch kaputt. Und dann. O, da machen wir uns. Oder er uns. Oh. 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 Das ist mal voll mies. Nee. Ich hab doch... Aua. Der macht uns voll kaputt, der Typ. Aua. Glaub's ja wohl. Und. In dein Gesicht. Ja, das wird wohl nix. Aber das wird was. Jol. Ach. Nein. Hey. See ya. Mach mich mal in Ruhe. Deine eigene Schuld, Digga. Und. Oh. Und runter. Den kriegt er jetzt. Und so. Und. Jawohl. Wir probieren's mal. Puh. Und. Nein. 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 Aua. Aber das gibt es nicht. Ach, hör darauf. Nein, nein. Blöder Sack, Junge. Und jawoll. Noch mal rauf da. Hoch. Rüber. Rauf. Und jawoll. Hoch. Nimm den noch hoch. Nimm den noch hoch. Hör doch mal auf jetzt. Oh. Bringen wir das Ganze jetzt mal hier zu Ende. Oder auch nicht. Äh, nein. So, jetzt aber. Ja. Uhu. Uhu. Lad doch schneller. Story abgeschlossen. Darkmatch Drama. So, was haben wir hier? Wie haben wir? 90. Social Media, Posteingang. Es ist schön, dass denen mein Match gefallen hat. Bei was? Machen wir, machen wir nicht. Wir warten erst mal noch. Gut. Dann wechseln wir noch einmal A hin. Tidididid. NXT. Bam. So, aber wie es hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Auf jeden Fall schon mal Tschüss bei YouTube. Bis demnächst. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. In Kadicci. B peroisiin kumpelt. Vielen Dank.